Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Grates. Zum Thema Grillzubehör wird immer viel erzählt, was man angeblich so benötigen würde. Wir klären heute in diesem Video ein für allem mal, was man wirklich absolut braucht als Gasgriller, was man überhaupt nicht braucht, was ihr komplett vergessen könnt und welches Grillzubehör ihr zwar nicht braucht, aber in bestimmten Situationen wirklich auch Berechtigung hat. Ich habe hier hinter mir ganz viele Grills stehen und in jedem dieser Grill befindet sich eine spezielle Kategorie. Ihr findet unten in der Zeitleiste Timestamps und könnt dann in die entsprechenden Kategorien springen, die euch interessieren. Und ich würde jetzt mal sagen, los geht's. Fangen wir an mit den absoluten Must-Haves. Als erstes habe ich da eine Grillbürste. Grillbürste ist etwas, da würde ich sagen, wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr mit eurem Grill genau einmal grillen und danach nicht mehr. Weil nach dem ersten Mal grillen müsst ihr den Rost abbürsten, damit ihr einfach wieder sinnvoll was zubereiten könnt. Und dafür braucht ihr einfach eine Grillbürste. Beim Kauf einer Grillbürste solltet ihr direkt auf ein paar Kriterien achten. Erstens, das ist ein Verschleißprodukt, heißt wir wollen damit jetzt nicht besonders viel Plastikmüll produzieren. Kauft euch also bitte keine Grillbürsten mit Plastikgriff, sondern Holz oder Edelstahl. Bei den Borsten gibt es die Unterscheidung zwischen Edelstahlborsten und Messingborsten. Ich bin Freund von Edelstahlborsten. Holt euch auch eine, die mindestens drei solcher Borsten hat, die in diese Richtung laufen, damit ihr auch richtig schön in die Zwischenräume vom Rost kommt. Und je mehr Features so eine Bürste noch mit dabei hat, umso besser. Und dann achtet noch ein bisschen auf den Preis und dann habt ihr die perfekte Grillbürste, verlinke ich euch unten. Als zweites Must-Have gilt die Grillzange. Die meisten Griller sammeln über den Zeitraum eine gewisse Anzahl an Grillzangen an. Wenn ihr aber noch keine habt, dann braucht ihr zwingend eine. Das dritte Must-Have ist irgendwas, um euer Rost einzufetten. Entweder einfach nur ein Öl oder aber auch hier sowas wie ein Fetttrennspray. Sowas ist relativ praktisch, aber wie gesagt, ein Öl tut es auch. Must-Have Nummer vier sind Schneidebretter. Und ja, ihr braucht Schneidebretter. Eins mindestens, aber gerne auch zwei. Das fängt schon bei so günstigen Bambusschneidebrettern hier an. Ich empfehle euch die aber nicht unbedingt. Erstens, Bambus ist ein Material, das tut euren Messern nicht besonders gut. Zweitens ist das einfach die billige Variante aus Fernost mit ganz viel Leim dazwischen und so weiter. Klar kann man nutzen. Besonders schön ist es aber nicht. Und mit einem wirklich tollen Schneidebrett macht ihr euch selbst eine große Freude oder auch demjenigen, dem ihr das schenkt. Ihr braucht ein Schneidebrett, kein unbedingt teures. Ein günstiges reicht natürlich aus. Aber da ein paar Euro mehr auszugeben, das lohnt sich vor allem, wenn man dann den Verschleiß von Messern mit einberechnet. Dann auf jeden Fall. Must-Have-Grillzubehör Nummer fünf sind jetzt auch direkt die Messer. Messer hat jeder von euch zu Hause, aber ich sage euch, ihr braucht ein scharfes, gutes Messer. Mindestens eins, im Idealfall zwei. Zwei Messer, mit denen ihr wirklich nur am Grill arbeitet, die ihr nicht irgendwo in die Schublade, in der Küche packt, die ihr nicht in die Spülmaschine packt, sondern die wirklich Freude bereiten beim Grillen. Die müssen auch gar nicht teuer sein. Die fangen schon so bei 40, 50 Euro an, wirklich gut zu sein. Und natürlich ist nach oben kein Ende gesetzt, endet dann irgendwann bei handgefertigten Unikaten. Ich verlinke euch unten einfach mal ein paar Empfehlungen. Zwei Sachen fehlen in dieser Kategorie noch und das sind einmal hitzebeständige Handschuhe. Gibt es entweder in so einem Format oder auch aus Leder. Auf jeden Fall zu empfehlen, braucht ihr am Grill. Und last but not least, Kernthermometer. Bei Kernthermometern gibt es ganz unterschiedliche, in unterschiedlichen Preiskategorien. Ich würde euch empfehlen, eine mittlere Preiskategorie zu nehmen. Nicht unbedingt die günstigen unter 20 Euro, aber ihr braucht auf keinen Fall mehr als 40 Euro ausgeben. Zwei Arten von Kernthermometern solltet ihr mindestens besitzen. Wie gesagt, das ist ihr Must-Have. Es gibt noch eine dritte Kategorie an Kernthermometern, die ist nice to have, aber zwei solltet ihr besitzen. Einmal ist das ein Kernthermometer, was stationär an eurem Grill magnetisch befestigt wird oder hingestellt wird, mit mindestens zwei Messsonden oder sogar vier Messsonden. Damit könnt ihr einfach alles am Grill überwachen. Und dann braucht ihr noch mal ein Einstichthermometer, wenn ihr mal flach grillt, wenn ihr mal was Schnelleres grillt, einfach um mal schnell zu prüfen, wie so die Kerntemperatur ist. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ihr euch ein Einstichthermometer holt, was besonders schnell misst. Weil wenn ihr euch da ein sehr günstiges holt, dann stecht ihr das ein und wartet und wartet und wartet und die Temperatur steigt und steigt und steigt. Und ihr wisst gar nicht, wie hoch die jetzt noch steigen soll, ob das schon fertig ist, ob das schon drüber ist und so weiter. Deswegen holt euch da eins, was schnell anschlägt. Das verlinke ich euch unten. Kommen wir jetzt zur Kategorie Nummer zwei, dem absolut unnötigen Zubehör, was kein Gasgriller braucht. Hier müssen jetzt die Hersteller der Produkte ganz stark sein. Zur Vorbereitung dieses Videos habe ich auch extra noch mal in unserer Facebook-Gruppe eine kleine Umfrage gestartet und euch gefragt, was ihr so an Grillzubehör da habt, wo ihr sagt, das ist total unnötig oder das liegt bei euch zu Hause einfach nur rum. Lüften wir also das Geheimnis, was ihr wirklich als Gasgriller nicht benötigt. Hier liegen jetzt nicht alle Sachen, die in der Facebook-Gruppe genannt wurden, denn ein paar Sachen von euch, die ihr nicht nutzt, die nutzt ihr halt individuell nicht. Aber einige Sachen davon, die sind wirklich für keinen zu gebrauchen. Als erstes anführen möchte ich hier so einen Fischbräter. Ist nett gemeint, aber an sich komplett sinnlos, weil ihr könnt es genauso gut auf dem Rost machen, habe ich euch mal ein Video dazu gemacht. Und der ist ja eigentlich dazu da, dass der Fisch nicht am Rost kleben bleiben soll. Wenn man aber den hier nicht einfettet, dann bleibt der Fisch halt hier dran kleben. Also verfehlt das Ding komplett seinen Sinn und Zweck, weil wenn ich das sowieso einfetten muss, kann ich auch meinen Rost einfetten und klappt das wunderbar. Wie gesagt, wie man das macht, habe ich euch in einem Video mal erklärt. Dann haben wir als nächstes Burgerglocken. Burgerglocken an sich sind nicht komplett unnütz. Für manche Grills sind die wirklich wichtig, aber für einen Gasgrill überhaupt nicht. Denn ob ich die Burgerglocke aufsetze oder den Deckel schließe, macht nachher keinen Unterschied. Bei einem Zubehörteil war ich mir so ein bisschen unschlüssig. Das könnte vielleicht auch irgendwo mal seine Berechtigung haben. Aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, das hier reinzupacken, eine Marinadenspritze. Eine Marinadenspritze an sich benötigt ihr einfach für gute Ergebnisse nicht. Sei es Pulled Pork, Brisket oder was auch immer. Nein, braucht man dafür nicht. Kann die vielleicht unter Umständen Vorteil haben? Ja, könnte schon. Aber wir werden mal hier auf dem Kanal ein Video darüber machen, ob die wirklich einen Vorteil bringt oder eigentlich nicht. Und deswegen liegt die jetzt hier beim Zubehör von den Sachen, die ihr nicht benötigt. Jetzt kommen noch zwei Gadgets zum Thema Burger. Und zwar ist das einmal eine Burgerpresse. Klar kann man damit formschöne Burger machen, braucht man aber nicht. Ihr könnt Smashburger machen, ihr könnt die Burger genauso gut mit der Hand formen. Also das Ding hier kann man benutzen, braucht man aber eigentlich gar nicht. Und auch ein sogenannter Burger Devil, also letztendlich eine Bratpfanne mit Deckel, worin man Burger zubereiten kann. Ich persönlich nutze das Ding gar nicht. Ihr könnt Burger auf dem Grill, auf einer Plansche, auf einer Gusseisenplatte wunderbar grillen, braten, was auch immer. So was braucht man nicht. Kommen wir jetzt zu den Kategorien an Grillzubehör, was ihr nicht zwingend als Anfänger benötigt, die aber in bestimmten Bereichen auf jeden Fall einen Vorteil bringen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum der Typ hier so viele Gasgrills stehen hat, die werdet ihr in Zukunft auf diesem Kanal als Review einmal sehen. Das heißt, die werden wir alle reviewen, unabhängig wie ihr das hier auf dem Kanal kennt. Wenn ihr das noch nicht auf dem Kanal kennt, dann lasst gerne doch mal ein Abo da, dann verpasst ihr das nicht. Und dann verpasst ihr auch die ganzen Rezepte, Tipps und Tricks rund ums Thema Grillen, nicht nur mit dem Gasgrill, nicht mehr. Den Anfang machen Zubehörteile, die ihr benötigt, wenn ihr mit dem Gasgrill räuchern oder smoken möchtet. Als allererstes möchte ich da anführen, dass ihr eine Räucherbox benötigt. Ihr könnt eine Räucherbox wahlweise auch ersetzen mit Alufolie, allerdings ist Alufolie natürlich ein bisschen umweltschädlicher. Eine Räucherbox, die holt ihr euch einmal, die könnt ihr für Jahre, Jahrzehnte wiederverwenden. Das Räuchern mit der Räucherbox ist streng genommen eigentlich kein Räuchern, sondern ein Smoken, weil wir eine Temperatur brauchen, um die Holzchips in dieser Räucherbox zu erhitzen oder auch in der Alufolie zu erhitzen. Wenn ihr mit dem Gasgrill wirklich räuchern wollt, wirklich kalt räuchern wollt bei niedrigeren Temperaturen, dann geht das nicht mit einer Räucherbox. Dann braucht ihr einen sogenannten Kaltrauchgenerator. Gibt es dann hier von vielen Drittherstellern. Manche Grillhersteller bieten das auch von sich aus an, aber damit könnt ihr dann wirklich auch in einem Gasgrill kalt räuchern und dann ist das das Must-Have, was ihr benötigt. Wollt ihr das gar nicht machen, braucht ihr sowas natürlich absolut nicht. Was ihr natürlich so oder so benötigt, wenn ihr räuchern oder smoken wollt, sind natürlich entsprechende Räucherchips. Gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Meine Favoriten verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Hinter Haube Nummer 4 befindet sich jetzt das Grillzubehör, was ihr zwingend benötigt, wenn ihr eine richtig gute Pizza mit dem Gasgrill backen wollt. Ihr braucht einen Pizzastein, eine Pizzahaube und einen Pizzaschieber. Beim Pizzastein solltet ihr darauf achten, dass ihr einen runden Pizzastein auswählt, damit eure Pizza, die ihr in der Regel rund macht, von allen Seiten gleichmäßig Hitze abbekommt und der Rand auf allen Seiten möglichst gleichmäßig auch seine Färbung bekommt. Dann solltet ihr darauf achten, dass der Pizzastein nicht zu dünn ist. Das ist nämlich die Hauptursache, warum die zweite, dritte, vierte Pizza irgendwann einen schwarzen Boden bekommt, aber obendrauf noch nicht fertig ist. Damit die Pizza von oben schnell fertig ist, braucht ihr ordentlich Oberhitze und das kriegt ihr in einem Gasgrill besonders gut mit einem solchen Pizzacover hierhin, mit einer Pizzahaube. Um die Pizza jetzt sicher auf euren Stein und davon wieder runter zu bekommen, braucht ihr natürlich noch einen Pizzaschieber. Es gibt noch weiteres Zubehör, aber das ist für Pizza nicht unbedingt must have. Das können wir mal in einem anderen extra Pizza-Video besprechen. Da kommt auch bald ein sehr lang ausgearbeitetes Video. Wir arbeiten seit über einem Jahr daran. Irgendwann dieses Jahr wird es online kommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Abo dalassen. Machen wir weiter mit dem nächsten Grill. In diesem befindet sich all das Grillzubehör, was ihr zwar nicht zwingend benötigt, um mit einem Gasgrill grillen zu können, aber was euch ganz, ganz viele neue Möglichkeiten eröffnet, um eben dort drauf richtig geile Gerichte zubereiten zu können. Als erstes anführen möchte ich hier einen Drehspieß. Ihr braucht einen Drehspieß nicht zwingend. Ihr könnt viele Drehspießgerichte auch ohne Drehspieß machen, aber manche Dinge gehen eben nur mit einem Drehspieß. Zum Beispiel rede ich da von einem Dönerspieß oder einem Gyros-Spieß. Das geht natürlich ohne Drehspieß nicht. Ihr könnt einen Drehspieß auch bei einem Gasgrill benutzen, der keinen Heckbrenner hat, aber vor allem Gasgrills mit Heckbrenner sind natürlich prädestiniert dafür. Dann gibt es eine ganze Reihe an nützlichen Gusseisenprodukten. Erstmal natürlich Dutch Oven. Dutch Oven in unterschiedlicher Größe. Kann man mit einem Gasgrill nutzen, kann man mit Holzkohle nutzen. Ist natürlich kein Grillen, sondern an sich ein Schmoren, aber es sind wirklich viele Gerichte, die man mit einem Dutch Oven machen kann und im Gasgrill kann man einfach wunderbare Gerichte damit zaubern. Dann braucht ihr natürlich eine Gusseisenpfanne und oder eine Gusseisenplatte. Beides Produkte, die auf jeden Fall sinnvoll sind, mit einem Gasgrill zu kombinieren. Neben Gusseisenzubehör gibt es manche Dinge, die auch aus Edelstahl noch sinnvoller sind. Da hätten wir zum einen einmal hier so einen Windschutz für die Primezone. Der ist an sich nicht notwendig, aber da drin gibt es Spießhalter. Dann könnt ihr nämlich damit auch mal Schaschlik machen. Wenn ihr Schaschlik zum Beispiel mit einem Gasgrill machen wollt, dann ist irgendwas, wo ihr Spieße einstecken könnt, einfach optimal dafür. Auch beim Ablagerost könnt ihr euren Gasgrill mit einem Edelstahlprodukt nochmal upgraden. Zum Beispiel mit einem Ablagerost, was ein paar Features hat, wie hier die Drumstick-Halterungen in diesem Ablagerost. Etwas, was glaube ich auch jeder Gasgrillanfänger sich von Anfang an holt, weil es einfach jeder Griller auch hier auf YouTube benutzt. Das sind diese Ikea-Konzis-Formen, Edelstahlformen mit einem kleinen Rost auch nochmal drin. Damit kann man unfassbar viel machen. Ich empfehle euch davon, zwei Stück direkt zu kaufen. Ein paar Videos, was man damit machen kann, habe ich auf diesem Kanal auch schon hochgeladen. Verlinke ich euch auch mal. Und last but not least in dieser Kategorie eine Planscher. Ein unfassbar geiles Produkt, obwohl es eigentlich simpler nicht sein könnte. Aber ihr könnt so viel tolle Sachen damit machen. Und es hat nochmal ein paar mehr Vorteile, als das zum Beispiel eine Gusseisenplatte hat. Ein Vergleichsvideo Planscher-Gusseisenplatte habe ich euch auf dem Kanal auch schon hochgeladen. Stöbert doch einfach mal durch. In der letzten Kategorie geht es jetzt nochmal um das Thema Sicherheit. Und da befindet sich unter dieser wunderschönen schwarzen Edelstahlhaube tatsächlich nichts. Denn das Teil, was ihr dazu benötigt, das habe ich hier in meiner Hand. Das ist etwas, das braucht ihr nicht zwangsweise. Aber für eure Sicherheit ist das wirklich ein wunderbares Zubehörteil. Und zwar ist das eine Schlauchbruch-Sicherung. Das bedeutet, es ist ein Ventil, was automatisch schließt, sobald es bemerkt, dass in eurem Schlauch irgendwo ein Leck ist. Das ist nämlich etwas, was man nicht vor jedem Grillen immer überprüft, obwohl man das eigentlich sollte. Und das Ding hier kann wirklich Leben retten. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Kostet auch nicht die Welt. All die Produkte aus dem heutigen Video findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Teilweise als Affiliate-Link. Dann bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Und damit könnt ihr dann meine Arbeit hier ein bisschen honorieren. Und zu fast allen Produkten findet ihr hier auf dem Kanal auch Videos, wo ich Rezepte damit zubereite oder diese Produkte auch miteinander vergleiche oder vorstelle. Auch zu all diesen Grills hier wird es auf diesem Kanal Videos geben, Reviews, Vergleiche und so weiter und so fort. Wenn euch all das interessiert und noch mehr, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr ein bisschen mitbestimmen wollt, was auf diesem Kanal hier demnächst zu sehen sein wird, dann werdet gerne unten Mitglied. Und oder kommt in unsere Facebook-Gruppe beziehungsweise abonniert auch unseren Instagram-Kanal. Dann kriegt ihr auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen, was wir hier in unserem Grillparadies alles vorhaben. Auch dazu die Videoreihe kann ich euch empfehlen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.